Guten Tag meine lieben Freunde und Gäste des Kanals. Heute ist es warm, es regnet, nicht unter vier sind im Park spazieren gegangen. Jetzt treffe ich mich mit meiner Tochter und gehe spazieren. Solange das Wetter gut ist, sollten sie den Herbst genießen. Der Winter wird bald kommen. Im Winter haben wir meist nasses Wetter. Schnee schmilzt, pfützen, Schnee match. Es passiert natürlich und frost, aber nicht lange. Ich mag den Winter nur wecken der Nuarsferien. Neujahr, Weihnachten, Weihnachtszeit, Dreikönigstag. Ich liebe den Frühling mehr, wenn alles blut und duftet. Nun kommen wir an einem kleinen Kaffee vorbei, wo man Kaffee mit Küchen trinken kann. Skateboarding heute sind viele Leute hier. Alles Garten. Musik 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 In unserem Park gibt es ein Denkmal, das allen Menschen gewidmet, ist, die in Tschernobyl waren. An die lebenden und gefallen Liquidatoren der Tschernobyl-Katastrophe. Musik Musik Wir beschlossen, hinein zu gehen und den Pass meines Sohnes abzuholen. Jetzt erlitigen wir die Schmerzen. Wir machen hier die ganze Arbeit und gehen zum Kaffee Zolotoi Colos. Wir gehen oft in dieses Kaffee, essen leckere Küchen und trinken Kaffee oder Limonade. Musik Abends ist es so schön. Wir passieren das Schuhgeschäft Valus und den Süßwarenladen Mischkenau. Musik Wir gingen zum Länenplatz. Hier ist ein Denkmal für alle, die während des großen Waterländischen Krieges straben und auch die ewige Flamme. Musik Wir gehen in ein Kaffee. Hier gibt es viele leckere Backwaren. Musik Wir kauften einen Küchen Korsinka, Kartoffel, Kaffee, Tee, trinken Tschernogalowka. Das ist jetzt ein russisches Getränk statt Pepsi Cola. Alles ist sehr lecker. Musik Es gibt ein nach Lenin benanntes Kino sowie Unterhaltung für Kinder. Musik 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 Wir sind schon zu Hause. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020